ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Was meinst du? Ja, die großen Dinos, ja, wenn sie mir rankommen zum Spiel. Achso, nein, aber... Du bist überhaupt Dino! Also du bist ein bisschen dieser Mensch? Ja. Und dann auch noch mit dem falschen. Okay, gefressen von einem Agro-Kantrosaurus im Falz. Ist das mal Dino? Der läuft doch hier vorne bei mir rum. Mhm, der ist jetzt tot. Ja, dann kann ich jetzt mal was... Lassen? Nein! Oh, wir haben doch mal auf den Kopf geschenkt. Schon wieder tot. Hi! Also... Ich sterbe am laufenden Band. Ich sterbe nicht mal vor. Äh, ja, so kann man das auch nennen. Was ist denn das für ne Farbe? Der ist auf der einen Seite grün gestreifen, auf der anderen Seite rot gepunktet. Was? Welchen Wack? Oh, ich wurde nicht mehr. Das ist so'n... so'n Spucker. Keine Ahnung, ich spuck nur Dinos nicht an, ich bin zu trennen hier auf den Mund. Oh, der sieht ja geil aus. Oh, der sieht ja geil aus. Oh, der Spino ist schön. Der ist schön. Wolltest du denn auch schießen? Mit dem Schirm? Der ist aber schön. Oh, jetzt ist das voll. Jetzt muss ich... Na toll. Noch schlimmer, jetzt spiel ich die Frau. Aber die macht das nicht schlecht. Du musst dich gucken? Du meinst ja diesen... ...gestrichelten... Ja. Äh, den Tiger. Ja, den Spino. Der sieht voll toll aus. Ja, das geht. Doch, das war schön. So meins. Okay, ihre Namen. Fünftenmassage. Okay, ich mach gleich alle. Ja, ich mach auch alle. Na toll. Wieder gefressen. Das ist immer hier so unsankbar. Wir haben einmal zittigen den Rücken. Und dafür wird man erschossen. Tja. Ja, die Bezahlung... So, wenn man ein kleines Rällchen hat. Und, äh, ein kleines Wunten, den reißt. Aber... Die Bezahlung ist halt Blei, ne? Voll und langbar. Würde ich so jetzt nicht sagen. Macht das doch immer so schön. Wir haben ja noch gesprungen. Von... Grob oder so. Piii... Nur Fuß wieder. Ich weiß nicht, ob wir einen Drennen da haben, oder? Na, alles. Huuu... Huuu... Näh. Hern jetzt alle. Da wo ich mich verbarrikadieren will? Warum schrinkt ihr das da runter? Oder nicht runter? Ich rühre da nicht runter! Treff ich nicht, Ich kann so ein Schick machen. Hey, die sind nicht alle. Wir sind hier hinten, wir haben uns da alle Da hat er nicht getroffen, ich will was abhängen aber wieder der hübsche Akon trotzdem nicht oder zwei ganz schnell durch die Eine Strecke, eine Strecke, eine Strecke. Roten! Auch den rot-grünen hab ich grad gesehen, den Strecke. Der sieht cool aus. Hier oben, die hofft, der sieht auch schön aus. Oh, wenn man kurz guckt, mach die nur. Komm her! Och maaan! Du warst es nicht, du warst es nicht. Aua! Mann, ich weiß nicht, ich wollte gerade anmachen. Ich weiß. Mann, erkennt sich das schon ganz schön. Jetzt pflege ich jetzt Wasser. Leuchtet jetzt schon wieder so ziemlich blau. Was? Indomie, was? Ist es Indomino's Box? Keine Ahnung. Nee, irgendwie anders. Oh, ich hab zwei gekillt. Indomie Nose? Mrs. Muffin. Ach so, ja. Nee, das war's. So, an der Stelle sage ich jetzt mal, bis zur nächsten Folge. Da spiel ich Dino! Bis dann! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tadam! Vielen Dank.